Schönen guten Morgen. Heute ist der 4. Juni und wir sind in Nürnberg-Barock im Park. Heute ist Frühsport angesagt. Du musst Vitamine zu dir nehmen. Ist gut so eine Gurke. Guck mal, Guido sucht sich schon seine Sportklamotten raus. Wem ziehe ich denn an am Gestalt bis heuer? Wem zieht der denn an? Man weiß es nicht. Das war am Ring, war ganz schön gut. Und heute sind wir noch ein bisschen früher und wollen den Leuten mal richtig schön Sport machen. Gucken wir doch mal, was da geht. So Leute, also wir sind jetzt unterwegs zu... Wie heißt das Ding, wo wir jetzt hinfahren? Egal. Wir haben uns überlegt, dass wir noch ein kleines DJ-Set machen. Jeder von uns durfte sich drei Songs aussuchen und die werden gleich aufgelegt. Denn wir sind gut aufgelegt. Und was hast du jetzt mal ausgesucht? Ich hab mir jetzt wieder einen Tonic mitgenommen. Und was ist das Ding? Und was Lucos vibrarisch? ätin.